Willkommen wie ein Hellcat da habe ich aber noch nicht ganz alle angeschaut man erkennt ja mehr oder weniger um Namen ob der Tau hat oder nicht daher so dass er keinen flachen Weg bauen sollen das behindertes Junge so und zwar hier baut man den Weg wie immer Leute weil es viel besser ist wenn die Leute dann nicht direkt in die Base laufen sondern ein bisschen von der Seite da kann man die nachher schön runterhitten kann der hochigeln nicht wirklich weiß egal ja da wurde es bisschen steiler als ich aber naja ich gönne mir erstmal einen Schluck Energy Leute das ist einfach neis dann morgen früh einen guten Schluck Energy damit man schön wach wird und bereich für den Tag ganz genau so ja hier rechts will jetzt schon gleich wieder Boast bämmen so hier hat meine Maus rücklässchen und rücklässchen richtig schön ausgenutzt ja gut mit sechs Blöcken kann ich mich hier nicht wirklich weit bauen aber ich auch mal der andere kommt runter der eine hohe damit sich die beiden auf einmal runter hätten können ja war da ist habt ihr gut gemacht wenn ihr euch aufteilt in der Base ist immer besser was wenn beide auf dem gleichen Fleck stehen dann können wir gleich nochmal darüber gehen und mal zeigen ihr wo der Hammer hängt ja warum schießt der denn von hinten auf mich Digga was los bei dem ok 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 natürlich wieder nur paar Blöcke und kaum leben alter das ist natürlich nice so bitte 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 nice hat er sich nicht umgebrachte keine wohnen sohn hat er nicht was für nun bei wenigstens ein kill habe ich na ja andere herunter springen das sind keine wohnen so was macht man nicht mache ich auch aber der rechts beide kämpfe mitte rechts beide kämpfe mitte und ihre base lassen sie leer stehen läuft auf jeden fall bei denen die haben es wohl nicht nötig ihre base zu beschützen ach wahrscheinlich bagge ich genau in diesem moment im block fest wie ich den nicht gehittet habe alter scheiße hat mir nach autotour ausgesehen jetzt kämpfen sie wieder in der base es wird noch gegenüber gehen in konzert den kaiser und schick die natur die kommen wohl wieder was packt er auf einmal eisenschwert aus alter nicht mal eine rüstung aber eisenschwert hat der ne richtig der nube ja das dumm ist man hat zu wenig bronze der hier man muss lange warten will ich scheiße das bitte ich immer noch nicht eingebaut wieso habe ich denn ich bin so dumm ja das kenne ich auch manchmal auch richtig dumm und weil die blödsten kleinen löcher rein wo eigentlich keiner einfällt die bursen nicht in die base alle ach du scheiße aus dem in die base ist halt so erbärmlich ne es macht überhaupt keinen sinn und so aber trotzdem machen wir es so wieder ja ich gehe mal nach da so wenigstens habe ich den mit kirk runter selber hatte ich eh nur noch ein herz hat mich eh gleich gerägt aber gegenüber könnte glaube ich noch einigermaßen isch sein ja die anderen können sicherlich übertrieben gold was nix bringt weil wir die dann irgendwann wahrscheinlich recken werden aber ich wollte mir eine wand bauen digga aber kackt ach ich die hurensöhne die lila ist so schlecht ist so digga die sind schlecht das sind keine hurensöhne die nur im boss bleiben sind ich habe überhaupt keinen bock auf solche die hurensöhne man scheiße aber ich will den nicht die runde läppen weil es das auch behindert vielleicht reißen wir das Ding ja noch so ich bin auf dem weg geblieben war nice flieg halt rum digga flieg halt rum in der luft Junge der Klopp mit seinem das ein oder andere mal auf die Tastatur dann soll er das machen wenn er das Spaß dann hat so ich dachte schon diesen droben block mlg am start ich hab den video titel leute block mlg nice alter richtig geil wie ich die beiden noch ist gereckt habe gg groß wenn man muss alter learn to play ganz ehrlich versteht erstmal der sinn von bedwurst dies geld regt alter nice ich hoffe natürlich leute euch hat auch gefallen wir sehen uns natürlich gerne morgen wieder um 18 uhr haut rein und ciao ciao